Mädel-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Flatty. Heute geht es mal in Folge Projektbrot und Brötchen. Ich habe hier ein Mohnbrötchen mit Kochhinter-Schinken und Tomaten-Shutney. Und dieses Gemüse hier werde ich so nebenbei essen. So, ich zeige euch, wie ich das Produkt jetzt belege. Das hier ist das Mohnbrötchen. Das reiße ich erstmal auf. So sieht es dann aus. Und jetzt nehme ich diesen Kochhinter-Schinken. Heute mal eine ganz billige. Normalerweise hole ich mein Fleisch immer von meinem speziellen Bäcker. Da weiß ich wenigstens, wo das Fleisch herkommt. Das packe ich jetzt mal so rauf. Und das Brötchen wird wieder geschlossen. Jetzt kommt der Tomaten-Shutney zum Einsatz. So was habe ich eigentlich nie zu Hause, aber das habe ich mal vor ein paar Monaten als Fänggeschenk erhalten. An dieser Stelle vielen Dank am Bier-Janka. Und da das Brötchen hier nicht so reinpasst, reiße ich es auf. Und stürte es ein. Und so habt ihr ein richtig günstiges Essen. Das Brötchen hat mich 19 Cent gekostet. Die bin ich wohl 99 Cent, die Packung. Und das Tomaten-Shutney und das Gemüse hier habe ich ja geschenkt bekommen, wie gesagt. Und das ist auch sehr lecker. Und so esset das dann jetzt alles auf. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer Flatti. Mel off.